Heute tun wir so, als wären wir ein Noob im Muskel-Simulator, aber was mein Freund Billy nicht weiß, ist, dass ich richtig viele Robux habe, womit ich mir richtig krasse Sachen im Shop kaufen kann. Samlucky, bist du endlich bereit? Lass anfangen! Billy, jeden Moment! Aber warte mal, Billy, wo bist du eigentlich? Ich bin hier gerade im Laden und kaufe mir richtig leckeres zu essen und wurde einfach... Samlucky, bist du das hier vorne? Äh, Billy, ja, das bin ich. Lass mich etwa aus? So, sag mal, auf die Klinik, du gehst mal gerade im Zacken und Zacken und Zacken und Zacken und Zacken und eine Million und zwei Millionen. Billy, das sind nicht zwei Millionen. Hey, hör auf, du mir was zu sagen. Okay, guck dir an, du bist fett, ich kennst gar nichts. Oh Mann, Billy, tut mich einfach aus, lachen, weil ich fett bin. Oh Mann, Billy, ich kann nichts dafür, okay, ich werd auch noch stark. Du, ich sag, ich mach sogar so mit extra Gewicht, weil ich so stark bin. Was? Oh Junge, wie krass bist du bitte sehr... Ey, hier gibt's einfach einen Schulwettbewerb. Leute, das ist voll die traurige Story, wir werden einfach fett und wurden die ganze Zeit gemobbt und jetzt wollen wir auch stark werden. Und genau deswegen werd ich stärker als du, Billy. Ich weiß jetzt gar nichts, Junge, das Einzige, was du hinkriegst, ist noch fetter zu werden. Billy, ich werd noch richtig stark, nämlich trinke ich jetzt... Leute, was trinke ich da? Das ist irgendein anaboles Getränk wahrscheinlich. Boah, ich fühl mich richtig stark. Und jetzt mach ich auch Klimmzüge und werd die krassesten Muskeln kriegen. Äh, du sagst auch, du kriegst irgendwas hin, Alter, du kriegst gar nichts hin. Doch, Billy, ich muss einfach nur richtig, richtig aufklicken und wow. Yo, wow, ey, warum kann ich so viele Klimmzüge, Leute? Ich bin doch eigentlich dick. Ähm, warte mal, du kriegst echt viele Klimmzüge hin, aber guck mal, was ich hier mache. Boah, ey, Billy, der macht einfach Sit-Ups und... Leute, Leute, ich glaub, ich glaub, das war's. Warte mal, bin ich grad ohnmächtig geworden? Ich hab leider noch nicht so viel Cardio, Leute, ich hab nicht so viel Ausdauer. Äh, Samlacki, das kommt halt davon, wenn man jeden Tag nur Kekse isst. Billy, hä, du isst doch den ganzen Tag Kekse. Äh, ja, ich für mein spezielles Training echt den ganzen Tag Kekse. Ich, ähm, ich esse immer eigene Pups. Ich, ähm, was weiß ich noch? Keine Ahnung, ich weiß, Märchen kenn ich nicht. Okay, Billy, das ist echt komisch, weißt du was? Ich werd viel krasser als du. Schau, mein Bauch ist schon ein bisschen dünner geworden. Äh, Samlacki, der Bauch ist auch immer genau so fett wie davor. Leute, langsam reicht es mir, Billy, okay? Du tust mich hier die ganze Zeit beleidigen. Ja, du hast doch nicht anders verdient als Fett, sag. Was, Billy, was hast du gesagt? Okay, Leute, ich glaube, wow, diese Dips, die gehen voll auf meinen Korn, Leute, die gehen voll auf meine Bauchmuskeln. Perfekt, haha. Jetzt werd ich richtig dünn. Schaut mal, das ganze Fett verschwindet. Äh, warte mal, was, wie macht ihr auf den Fall? Hä? Äh, äh, ich werd mir ein Sixpack bekommen. Ja, so schnell, Leute, eigentlich geht das gar nicht so schnell in echt. Aber schaut mal, wie schnell ich jetzt Muskeln bekommen hab. Und ich werd viel stärker als Bino. Und ich glaube, Leute, es ist Zeit, in den Laden zu gehen, um mir was richtig Krasses zu kaufen. Äh, warte mal, warte mal, okay, was hast du vor? Äh, ach, ach, gar nichts im Lachen. Äh, Billy, ich wollte nur, äh, ganz kurz, ich, ich geh mal ganz kurz aufs Toilette, okay? Okay, okay, ich dachte, du willst cheaten. Nein, nein, ich würde niemals cheaten. Leute, wir gehen jetzt hier auf den Laden. Was können wir hier machen? Wir können hier einen krasseren... Wow, ey, wir können hier einen Körper kaufen. Zerkleinert. Okay, was auch immer das ist, Leute. Äh, das können wir nicht kaufen. Wir müssen auch erstmal andere Übungen machen. Ich muss nicht nur deinen Körper trainieren, du musst auch deinen Kopf trainieren. Billy, was meinst du? Äh, ganz genau, du musst auch klug werden. Das bringt nichts nur zu trainieren, du musst auch klug sein, so wie ich, oh yeah. Billy, also du kannst nicht darüber reden, ob man klug ist oder nicht. Schau mal, ich mach jetzt hier Bankdrücken. Äh, du sollst nicht mehr gewissen drauf, bist du ein richtiger Noob. Ey, Billy, hör auf, du sagst, dass ich ein Noob bin. Du siehst gar nicht mal so viel stärker aus als ich. Guck mal, ich hab dich schon fast eingeholt. Äh, ähm, lass mich dich mal anschauen. Mhm, 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 ja, du bist voll Noob, ich will dich nicht mehr anschauen, so schlecht bist du. Was hast du gesagt, Billy? Irgendwie siehst du eigentlich aus. Äh, du hast einen Zapf, das sieht cool aus, oder? Leute, einfach Billy in den Muskeln. Wow, ich, ich trainier schon wieder bis zum Versagen, Leute. Und, äh, bis zum Muskelversagen. Und, äh, okay, das war's, Leute. Ich glaub, ich darf gar nicht so viel trainieren. Okay, hier ist die Bankpresse, okay. Wir müssen hier weiter trainieren anscheinend. Okay, ich glaub, ich muss noch ein bisschen mehr trainieren. Und dann, ich frag mich hier, warte mal, wie können wir auf die Statistik gehen? Was haben wir hier? Ausdauer, äh, okay, die ist bei 10%. Oh, Bauch, wir haben krasse Bauchmuskeln, Leute. Die sind bei 19%. Bei mir ist alles 100%. Nie im Leben, Billy. Und, ey, wir haben hier so eine... Hey, wir können zum Super Saiyan schon werden? Warte mal, warum kann man das denn bitte sehr? Aber dafür brauchen wir Cash. Woher kriegen wir Cash, Leute? Ich glaub, ich muss mal eben hier in den Shop gehen und mir Cash kaufen. Was können wir... Wow, okay, okay, Leute, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Warte mal, wir gehen mal hier so ein bisschen nach rechts. Hm, sollen wir das kaufen? Ja, ich glaub schon. Das machen wir, Leute. Was gibt's hier noch? Okay, das ist krass. Starterpaket. Yo! Alter, was sind das eigentlich für... Sind das Supplements, Leute? Sind das... Oder was kaufen wir uns da grad? Ich glaub, Leute, macht das nicht nach, okay? In echt, holt euch da nicht keinen Verstärker. Das ist gar nicht gut. Und was auch immer das für Dinger sind, ich hoffe, dass es nichts Illegales ist, was wir da gleich zu uns nehmen. Lucky, worüber redest du? Äh, ach, gar nichts. Über, Billy, über gar nichts. Was ist das hier vorne? Press. Ah, wir können eine Belohnung einfahren. Wie geil. Aber wir haben uns so ein Straßeparket für 53 Euro. Ich hoffe, Leute, lasst dafür allen Abo und Like da. Und jetzt werden wir gleich Billy komplett abziehen. Schaut mal, ich bin gar nicht mehr so fett. Ich hab doch, ich hab schon ein Sixpack bekommen. Plus, ich hab richtig gute Brustmuskeln, aber mir fehlt noch ein bisschen der Bizeps. Ähm, so Lucky, dir fehlt alles, okay? Du hast nix und träume auch nicht, dass du irgendwas hast, okay? Du bist wirklich so, ich hab nur einen fetten Baume, nicht? Alter, Billy, langsam geht's echt zu weit, okay? Du musst mich die ganze Zeit auslachen, aber nicht mehr lange, Leute. Denn, was er jetzt nicht weiß, ich werd mir gleich das alles ausrüsten. Warte mal, ich hab jetzt 20.000 Cash gekauft. Eigentlich kann ich mir jetzt richtig krasse Sachen holen. Oh, 50! Leute, ich hab noch völlig viel mehr. Ähm, ich kann's mir nicht kaufen. Warum kann ich mir das nicht kaufen? Es geht nicht, es geht nicht. Ich glaub, ich muss die anderen erstmal benutzen. Die benutzen hier. Und, Leute, ich seh gerade, schaut mal. Unten in meinem Eventar hab ich, warte, ich hab ne Speedpäuschen. Ich hab ne Moneypäuschen, da mach ich mir Geld. Und, wodurch krieg ich hier eigentlich Geld? Ich hab keine Ahnung, ich glaub, das ist zu zornieren. Ich hab ne Powerpäuschen. Das sind einfach irgendwelche Tränke. Ich hab hier, ähm, ne Megapäuschen. Ne Pump. Ah, hier werden ne Pumppäuschen. Und dann kriegen wir einen richtig krassen Pumpen in uns, den Muskeln. Die werden auch noch viel größer aussehen. Und ne Staminapäuschen. Leute, das sind irgendwelche, okay, krass, Leute. Die können wir uns einfach hier kaufen. Das ist einfach Doping in Roblox. Egal, Leute, wir trinken das jetzt erstmal. Oh, boah, ich fühl mich schon viel krasser. Bam, das müssen wir auch kaufen. Aber ich kann nicht, Leute, weil ich muss erstmal die ganzen Sachen hier benutzen. Das benutzen wir auch einmal. So, das benutzen wir einmal. Das benutzen wir. Oh, wir werden so super Mutanten. Alter, wir haben so krasse Sachen benutzt. Jetzt können wir uns das kaufen. Halbzeit. Das ist eine Schokoriegel. Ich glaub, das ist eine Schokoprienriegel. Oh, damit werden wir jetzt richtig stark, Leute. Keiner kann uns aufhalten. Keiner kann uns aufhalten. Wir machen Squats, Leute. Okay, das haben wir noch gar nicht gemacht. Und bam, Leute, Squats, Squats. Hey, der Mackie ist auch wie ein Frosch. Hey, du, ich seh nicht aus wie ein Frosch. Du siehst alles selber aus wie ein Frosch. Ich seh auch wie ein Profi. Oh, ja, komm mal, ich bin hinter dir. Ich seh dich, Billy. Aber guck mal, wie schnell ich Squats mache. Bam, 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 bam. Hey, der Mackie, wie schnell bist du bitte sehr? Mhm, ich sag doch. Haha, Billy, ich werde richtiger Profi. Hey, der Mackie, seit wann bist du so schnell? Ja, schon immer bin ich so schnell gewesen. Und boom, und boom. Okay, ich glaub, ich habe ein bisschen Muskelversagen trainiert. Die sind richtig rot, meine Beine. Äh, was, Junge? Siehst du krass aus? Nein, Billy, das ist meine Hose. Aber jo, was habe ich für Monsterbeine bekommen? Und, Billy, schau mal, was ich jetzt mache. Ich werde erst mal ein paar Klimmzüge dippen. Boom, let's go. Haha. Wow, du hast schon mit Gewicht. Oh ja, Billy, schon mit Gewicht. Ähm, ja, ich bin trotzdem besser. Billy, nie im Leben. Schau mal, ich werde bald breiter als du. Boom, boom. Ey, Klimmzüge sind richtig wichtig. Okay, die gehen auf den ganzen Rücken. Und sogar teilweise auch auf den Armen. Das sieht man hier alles. Wow, sehr lucky. Du siehst echt, ähm, siehst echt schlecht aus. Alter, Billy, hör schon wieder auf zu lügen. Ich glaube, ich höre wieder auf zu trainieren, weil langsam fahre ich gleich um. Ohoho. Leute, was habe ich für den Rücken bekommen? Oh, wie schnell wird man hier breit, Freunde? Wenn das auch nur in echt so funktionieren würde. Äh, ja, ich weiß nicht, ich bin echt gar nicht schön gestrichen, ne? Ähm, doch, Billy, ich kriege mehr hin als du. Ähm, das wäre mir nicht so sicher, besonders ich, äh, Profi-Bodybuilder bin. Ja, Billy, also in echt bist du, glaube ich, kein... Vielleicht ein Roblox, da siehst du jetzt... Äh, warte mal, Billy, ich sehe schon krasser aus als du. Billy, ich sehe krasser aus als du. Äh, niemals. Billy, ich glaube, hast du überhaupt einmal deine Beine trainiert? Ähm, Beine trainieren, das ist nur was für Noobs. Ich trainier, nur mein Oberkörper. Oh, nein, Billy, du musst alles trainieren. Guck mal, ich mache hier diese Dips und damit... Oh, ich kriege jetzt wieder richtig fettes Sixpack. Bam, bam, bam. Ah, nee, das sind keine Dips, Leute. Das brauchen wir nicht. Wir wollen nicht, äh, wir wollen Dips machen, Leute. Und zack, let's go. Boom, boom. Okay, ja, hier ist schon ein bisschen mehr Gewicht drauf. Krass, Leute. Boah, damit trainieren wir richtig fett unser Sixpack. Äh, okay, guck mal, ich mache Beinpress erst mal. Aber, nee, Beinpress ist was für Loser. Das mache ich auf keinen Fall. Oh, nee, das mache ich jetzt nicht. Wir können unsere nächste Belohnung einfordern. Und, Billy, du musst deinen ganzen Körper trainieren. Hm, ich glaube, jetzt werde ich nur meinen Biceps trainieren. Okay, okay, das ist echt komisch. So wirst du auf keinen Fall besser als ich. Schau mal, ich bin einfach schon breiter als du. Haha. Hätte uns irgendwas krass gegeben, Körperöl. Yo, ey, jetzt haben wir uns jetzt wahrscheinlich aufgeschmiert. Und jetzt sehen wir noch breiter aus. Ich mache mal ein bisschen, äh, Bankdrücken, weil dann kriege ich eine richtig krasse Brust. Und plus, das trainiert noch ein bisschen meinen Triceps. Wow, sind wir hier. Guck mal, guck mal, guck mal. Ich mache jetzt mal ganz besser hier mit Sixpack. Oh, yeah. Okay, Billy, aber bist du sicher, dass du... Wow. Wow. Okay, langsam sieht das ein bisschen unpropersonal aus. Jetzt schaut mal, Leute, ich habe eine richtig dicke Brust. Ey, Zepacki, warte mal. Was? Wow, bist du richtig stark. Oh, ja, ich glaube, die Brust kann ja mal nicht mehr wachsen, Leute. Sieht ihr? Wow. Okay, ich werde zum Super Saiyan. Ich werde hier richtig krass. Bam. Richtig schnell drücken. Wow, 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 Leute. Ey, Macki, wie kannst du so sehr breit werden? Warum bist du krasser... Nee, du bist nicht krasser als ich. Billy, du hast es gerade selber zugegeben. Ich bin krasser als du. Oh, ja. Bam, 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 bam. Haha, ich trainiere so krass. Macki, du wirst nie im Leben krasser sein als ich. Oh, doch, werde ich sein, Billy. Wow, guck mal, meine Hose platzt einfach schon. Was, denn die Hose platzt? Warum platzt diese Macki? Weil ich so breit bin. Bei mir platzt meine Hose, weil ich so viel Puffs hier reinmache. Okay, Billy, das ist extrem ekelhaft. Warte mal, anwesend? Was soll ich da jetzt draufdrücken? Warum kann ich nicht weiter... Ich will weiter trainieren. Hallo, stopp, nein. Ey, da passiert irgendwie nichts. Egal, ich trainiere einfach weiter, Leute. Wir ignorieren diese Meldung da unten. Und warte mal, was habe ich jetzt hier gerade herausgefunden? Yo, was geht denn jetzt ab? Autoladen. Hä, Gewicht denn? Ich habe Gewichte rangemacht. Seb, Macki, wie viel drückst du bitte sehr? Äh, Bobby, ich glaube, das war ein bisschen zu viel. Äh, Seb, Seb, Macki, wie siehst du aus? Alter, ich habe Monsterschuld. Oh, ho, ho. Soll ich eine Monsterschuld da bekommen? Okay, ich glaube, ähm, ich weiß nicht, wie das geht. Leute, wir kriegen auch besessen... Leute, gebt mir auch gerne Tipps in den Kunden da, weil ich check gefühlt gar nichts. Und schau mal, jetzt haben wir hier auch viel, viel mehr Gewichte rangemacht. Aber jetzt muss ich meinen... Ich muss jetzt wirklich wieder ein bisschen trainieren, weil langsam sieht alles ein bisschen asymmetrisch aus. Äh, Seb, Macki, das sieht nicht mehr schön aus. Okay, das sieht echt nicht schön aus. Oh, ja, ich glaube, ich muss ein bisschen meine Beine trainieren. Okay, das reicht hier mit meinem Überkörper. Und Leute, sollen wir nur noch einen Oberkörper trainieren? Guck mal, was ihr Arme ich habe. Junge, Junge, Junge. Ich glaube, ich muss meine Unterarme trainieren. Die sind irgendwie ein bisschen dünn, Leute. Bo, 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 bo. Ich trainiere immer weiter bis zum... Bis zum Muskelversagen. Oh, yes. Junge, du bist richtig an Lop, Alter. Kannst gar nichts. Bitti, hör mal auf. Warte mal, wo bist du eigentlich? Lass mal ein bisschen gucken, wer krasser aussieht jetzt gerade. Hm, ich sehe 100% krass aus. Die Leute können nicht entscheiden. Okay, die Leute entscheiden gleich, wer krass... Fünf verschiedene tausend Tränke habe ich drin. Der kann gar nicht krasser aussehen. Also, ich bin mal gespannt, wie meine Statistik jetzt gerade ist. Klicken mal richtig schnell. Und boom, boom, boom. Let's go, Leute. Boom, boom, boom. Warte mal, wir machen hier Autoladen rein. Und haben wir jetzt das... Ja, wir haben das Gewicht erhöht. Warte mal, wie viel drücken wir? Wir drücken nur 40 Kilo? Okay, wir sind gar nicht mehr so stark. Also, unsere Beine sehen schon viel krasser aus. Oh, die sehen schon heftiger aus. Eigentlich müssten wir mehr drücken. Guck mal, jetzt lädt es sich sofort an. Junge, wir haben auch eine Regenerationszeit von einer Sekunde. Das ist wirklich richtig heftig, Leute. Wir haben eine Monster... Wir haben eine Monster-Genetik. Jo, schaut mal. Okay, meine Ausdauer ist irgendwie... Leute, warum habe ich überall Plus und meine Ausdauer ist ja richtig schlecht? Ähm, genauso schlecht wie alles andere bei dir. Ey, Billy, hör auf. Die ganze Blödsinn... Wow, was ist das denn für ein Typ? Ich glaube, ich bin schon breiter als der. Der ist ja total eingeölt. Aber, Freunde... Warte mal, ich trinere noch ein bisschen meine Beine durch. So, zack. Und ich glaube, jetzt sollte ich auf jeden Fall besser... Hm, ja, ich sehe auf jeden Fall schon mal gut aus. Jo, was ist... Okay, das ist der Boss aller Zeiten. Der ist ja viel... Der, der im Laden arbeitet, der ist ja krasser als wie alle Leute. Was kann ich mir hier alles kaufen? Zerkleinert? Ich kaufe mir das, Leute. Bam. Hm, nee, ich muss den jetzigen Körper zu Ende entwickeln. Ach so, habe ich noch nicht, Leute. Ich muss den... Ah, ich muss meinen Ausdauer trainieren. Wo kann ich meinen Ausdauer trainieren? Okay, Biddy, warte mal. Ich komme mal zu dir. Junge, Biddy, ich sehe tausendmal krasser aus als du. Komm, komm, geh hier runter. Ähm, der Maki, ähm, ich bin ja auch gerade trainiert, weil... Ich guck mal, wie ich es aussehe. Biddy, Junge, du siehst gar nicht... Jo, Leute, schreibt jetzt in die Kommentare. Wer sieht krasser aus? Ich, eine Eins in die Kommentare oder Biddy? Ich habe allen drei in die Kommentare. Biddy, Biddy, eine Zwei. Ach so, ich schreibe alle zwei in die Kommentare. Oh, yes, ich sehe krasser aus. Biddy, Junge, du siehst nie im Leben krasser aus. Guck mich an. Ähm, du siehst irgendwie voll luderhaft aus. Biddy, schau. Alter, ich habe einen krassesten Rücken aller Zeiten. Leute, apropos Rücken. Ich glaube, ich muss ja auch ein bisschen trainieren, weil ich habe irgendwie krank ist mit Schultern. Ein bisschen zu viel Schultern trainiert. Ich muss meinen Ausdauer erstmal trainieren, denn dann kann ich mir einen neuen Körper freischalten. Und Biddy, ich habe mich einfach hops genommen. Sei ehrlich. Biddy, Biddy, wie hast du so krass geschafft, Mann? Oh ja, Biddy, sag doch. Ich bin einfach viel krasser als du. Okay, Leute, irgendwie habe ich das Gefühl, ich trainiere hier gar nicht meine Ausdauer. Habe ich jetzt ein bisschen meine Ausdauer trainiert? Äh, nee, irgendwie habe ich die nicht trainiert. Ich kann die gar nicht laufen, Leute. Kann ich hier laufen? Und zack, drücken. Hä? Warum klappt das nicht? Biddy, warum kann ich meine Ausdauer nicht trainieren? Warte mal, ich probiere es mal hier. Und wow. Biddy, dieser Luke hat doch gar nichts. Hey. Ah. Okay, ich check, ich check, ich check schon. Warte mal, wir erhöhen das mal ein bisschen die Geschwindigkeit. Okay, Leute, gerade können wir jetzt noch mehr? Oh, wow, 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 wow. Okay, Leute, leider. Oh, ich bin draufgegangen. Was ist das Nächste, der Mackie? Oh nein, aber Biddy, schau mal. Ich habe jetzt schon, ich habe schon richtig viel Ausdauer. 23% habe ich jetzt drauf, warte ich 0, glaube ich. Und deswegen werde ich jetzt hier immer weiter trainieren. Let's go. Ich glaube, wir können auf 5. bleiben. Und dann geht uns die Ausdauer hier richtig schnell nach unten. Ausdauer ist richtig wichtig. Nee, Ausdauer ist eigentlich gar nicht wichtig. Ausdauer brauche ich nicht. Ich gehe ja nicht drauf. Äh, Biddy, wie hast du das jetzt so schnell entschieden? Das Wichtigste ist der Oberkörper. Oh ja, nur Sixpack zählt. Äh, Biddy, ich glaube nicht. Es ist eigentlich gut, bis du musst... Es ist eigentlich gut, bis du musst, ich war sagen, zu trainieren. Aber das sieht irgendwie ein bisschen schlimmer aus. Ich werde jedes Mal ohnmächtig. Ich hoffe, das ist nicht so gut. Leute, dann leben wir nicht lang. Okay, zack, trainieren wir noch ein bisschen mehr. Ich mache mal auf 20, dann geht das hier viel schneller runter. Das ist pro Sekunde 20. Wow, okay, das geht jetzt richtig schnell runter. Sind wir auf 20? Können wir es noch mehr machen? Nein, können wir nicht. Oh, ich bin runtergefallen, Leute. Das ist einfach komplett. Leute, diesen Schulwettbewerb, sollen wir denn machen? Ey, wir können einfach schon in so einen Schulwettbewerb gehen. Äh, Biddy, wir gucken jetzt erstmal, wer krass aussieht, okay? Okay, Biddy, ich komme zu dir. Mhm, 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 mhm. Simnaquiv, wo bist du hin? Schau mich an. Hihi, ich bin sowas von stark. Oh yeah. Äh, Biddy, Junge, ich bin einfach doppelt so breit wie du. Ey, stimmt gar nicht, stimmt gar nicht. Alter, ich bin der krasseste von allen. Junge, guckt mich mal an, Leute. Ich glaube, ich muss mal, äh, Freunde, ich will meinen Körper noch zu vollenden. Habe ich ihn jetzt vollendet? Ah, nee, die Ausdauer fehlt noch. Sonst, ich habe schon alles... Ah, nee, mein Bizeps. Und, äh, mein, äh, was fehlt da noch, Leute? Das ist die Brust, oder was ist das hier vorne? Mein Bizeps fehlt. Ne, ich habe eigentlich mein Bizeps. Okay, Leute, ich muss Hammercurs machen. Let's go. Ich trainiere mein Bizeps. Let's go, haha. Oh, meine Vorderarme. So, Blackie, stop, stop, stop. Ich glaube, du nimmst was zu dir, okay? Ich glaube, du nimmst irgendwie komisches, ähm, irgendwas... Das zieht so ein bisschen. Biddy, ich nimm nichts. Ich habe einfach fünf magische Päuschens getrunken, okay? Eigentlich nehme ich wirklich was zu mir. Ey, so, Blackie, so, okay, was? Oh, nein, nix, nix, Biddy. Alter, mein Bizeps, der wächst so schnell. Ich glaube, wir haben den letzten Jahr schon vollendet, oder? Nur noch ein bisschen. Schon bei 50% sind wir. Also, Junge, dieser Trank war sowas von okay. Wir haben bitte einfach sowas von hops genommen. Aber, ey, stopp mal ganz kurz. So, damit werden wir jetzt noch viel, viel stärker. Schaut mal, wir haben noch richtig viel krass Gewichte draufgetan. Wie viel Gewichte sind das? 20 Kilo, keine Ahnung. Bestell, kann schon sein. Und damit trainieren wir jetzt viel, viel krasser. Bam, 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 bam. Oh, okay, okay, Leute, ich bin im Modus. Ich bin im Modus. Boom, 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 boom. Okay, oh, ich seh, ich seh, mein Vorlarm wächst. Alter, die wachsen richtig krass. Meine Arme wachsen sowas von heftig. Jo, mein Bizeps ist schon größer als meine... Alter, mein Bizeps ist größer als meine Schulter. Mein Bizeps ist größer als... Jo, ey, das ist größer als meine Brust. Okay, mein Bizeps ist gerade fett am wachsen. Was ist das für ein Bizeps? Das ist ein 60er Bizeps oder so. Okay, das ist echt dick. Hm, das mag ich jetzt einen dickeren Bizeps. Nie im Leben, Pili. Okay, warte mal, ich komme gleich zu dir. Okay, ich muss jetzt erstmal ein bisschen fett trainieren. Und ich kann gar nicht so viel trainieren, dass ich schwach werde. Also, ich regeneriere beim Trainieren einfach die ganze Zeit. Das ist sowas von OP. Leute, ich kann unendlich viel trainieren. Ich werde gar nicht schwach. Ey, das ist unmöglich. Du musst irgendwann schwach werden. Nur ich kann nicht schwach werden. Oh, nein, Pili. Ich sage dir ehrlich, ich habe wirklich... Hä, wie stark bin ich bitte sehr? Okay, Leute, ich glaube, wir haben das Game durchgespielt. Lasst ein Abo und ein Liker, falls ich krasser bin als Pili. Und ich würde sagen, aktiviert die Glocke, falls ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Jetzt, tschau, tschau, tschüss. Tschüss, Leute, ich habe auf jeden Fall gewonnen. Ich habe eins, zwei für mich in den Kommentaren. Oh nein, alle einzigen Kommentaren. Tschau, tschau, wow, ich bin so breit geworden.